Hallo, ich bin jetzt auf dem Traktor runtergefallen, kommen Sie bitte ganz schnell. Wo ist denn hier, Mann? Schauen wir uns das mal an. Wir brauchen ein Bett mit Liege. Kannst du, haben wir noch so eine Liege zum transportieren? Was ist los? Können Sie mit mir sprechen? Mein Name, ich bin der Arzt hier. Können Sie mir sagen, haben Sie Schmerzen? Ja, ich habe einen. Mir wurde schwarz vor Augen, als ich runtergehen wollte und dann auf einmal weiß ich nur noch, dass ich unten auf dem Boden lag. Haben Sie sonst irgendwo Schmerzen? Ja, ich kriege vielleicht Luft in der Brust. Da habe ich, als wenn einer draußen sitzen würde. Als ich den Patienten in der Traktorschaufel gesehen habe, da dachte ich, sehr unüblich, einen Patienten zu transportieren.